Geld sparen ist ja immer so eine Sache bei dir. Du hättest teilweise 10.000 Euro an einem Tag ausgegeben. Wäre manchmal vorgekommen. Sagst du? Ich habe meinen Wagen bar bezahlt, dann habe ich ja schon einen Pfuff hier mit einem Tag auf dem Kopf. Wenn man ein Jaguar kauft, dann kann man 10.000 an einem Tag ausgeben, aber wenn man kein Jaguar kauft, wofür gibt man 10.000 an einem Tag ausgeben? 10 Müll an einem Tag, also. Machen wir mal so, Herr Van Halen. Wie kann man 10 Müll an einem? Frag doch den, wie man 10 Müll auf dem Kopf hauen kann. Einfach einmal da, einmal hier, einmal da gegessen und dann ist ein 3er weg. Dann kaufst du dir zwei Pullis, dann kaufst du dir das, dann lädst du ein paar Freunde zum Steak ein und dann ist ein 7er weg. So, das geht ruckzuck mein Bester. Ich wüsste mal mit der Kamera begleiten. Wenn du willst, kann ich dich mal zu meiner Steuererklärung mitnehmen, die ich jetzt nächste Woche, glaube ich, mache, wegen meiner Einkommenssteuer und da gehen wir alle Rechnungen durch. Und dann müsste ich dir so den Tag, an dem das passiert ist, kann ich dir dann so ein Bild machen, die Rechnungen so mit Datum und dir dann schicken. Mach mal. Ja, mach ich. Dann brauche ich nur noch die 10.000, dann kann ich es nachmachen. Ist auf jeden Fall beeindruckend. Du tust aber auch nicht? Du tust nicht so, als würdest du keine Patte machen, Alter. Komm jetzt, Alter, ich schwöre dir, Alter. Es ist alles nur so. Wir versuchen den Boden da zu machen. Bei uns steht auch Jaguar vor der Tür.